Wir haben ein Luftbildkammerasystem für ein unheimantes Fluggerät entwickelt, mit dem wir hier vor Ort aktuell versuchen, die reale Lage zu kartieren. Das heißt, wir fliegen sehr schnell über eine Szenerie, danach ist das Kamerasystem wieder am Boden und dann erstellen wir direkt eine Karte, was wir dann den Rettungseinsatzkräften zur Verfügung stellen. Der Ablauf ist in der Regel wie folgt. Wir kommen in ein Gebiet, wo es eine Meldung gab, dass eine Schule zerstört sei oder auch ein Krankenhaus, wie auch immer. Also die Frage ist, wir sind irgendwo und wir müssen irgendwo anders hinfliegen. Dann ist es in der Regel so, dass man natürlich anhand einer Karte erstmal schaut, okay, wo ist denn das, wo sind wir, eine Flugplanung fertig macht, dann schickt man das Fluggerät los, was dann im Grunde automatisch dieses Areal abfliegt. Das Fluggerät landet, danach nehmen wir sozusagen jetzt aktuell noch eine Speicherkarte aus diesem Fluggerät raus, kopieren die Daten auf unseren Laptop und dann haben wir die wirkliche Übersichtskarte und können das dann auch wirklich exportieren. Zum Beispiel auf ein iPad, dass wir den Retter mit an die Hand geben oder wir bringen das ins Lagezentrum, wo die Karte beurteilt wird. Ja und dann geht sozusagen der ganz klassische Ansatz los, dass die Teams halt rausfahren und gucken, wie sie halt auch dahin kommen. Und das Verfahren, was wir entwickelt haben, also einerseits das Luftbildkamera-System, das hier in dem Mund, wo man ein Fluggerät mitfliegt, welches sich mit 80 oder 100 kmh über die Szenerie bewegt, ist halt in der Lage mit wirklich schneller Taktfrequenz die Bilder aufzunehmen und wir haben 10 Minuten oder 20 Minuten nach der Landung, je nach Gebietsgröße, schon eine lagerichtige Karte vorliegen, in der man messen kann, die man den Leuten an die Hand geben kann, wo man Positionen sieht, wo man halt genau weiß, gibt es zerstörte Bereiche, gibt es Zufallsstraßen, die noch intakt sind oder nicht. Und das ist jetzt hier in der Übung für uns das Ziel gewesen, das einmal wirklich zu erproben und natürlich weiterzuentwickeln für den realen Einsatz im Katastrophengebiet. Und was wir während der Übung gezeigt haben, dass wir die Karten im Grunde wirklich in dieses On-Site Operation & Coordination Center gebracht haben, was diesen gesamten Einsatz koordiniert und damit sind wir halt auch in der Lage gewesen, den Leuten von gewissen Gebieten reale Karten zur Verfügung zu stellen, die wir ein, zwei Stunden vorher geflogen sind. Das war ein sehr großer Erfolg und für uns war es ein toller Test auch zu sehen, dass wir nicht nur ISA, Germany hier helfen können, sondern halt auch anderen und dass diese Idee, die wir gemeinsam mal entwickelt haben, prägt. Und ja, wir freuen uns natürlich auf die Weiterentwicklung. Zivile Sicherheitsforschung im DLR zeichnet sich dadurch aus, dass wir intensiv mit behördlichen Endnutzern zusammenarbeiten. Die ISA Germany ist ein sehr verlässlicher Partner. Wir kooperieren seit November 2016 mit der ISA und ich finde es schon bemerkenswert, dass wir in so kurzer Zeit es geschafft haben, hier schon gemeinsam so eine Übung durchzuführen. Mit Equipment des DLR, gemeinsam mit den Einsatzkräften der ISA Germany. Der Prototyp hat hier gezeigt, dass es funktioniert und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir es schaffen werden, ein solches System auch zu kommerzialisieren. Dieses wirklich neue System für die Soforthilfe vom DLR bringt uns ganz viel, nämlich es spart Zeit. Zeit, die wir zusätzlich zur Verfügung haben, um Menschenleben zu retten. Wir können durch das System erkennen, an welcher Stelle sind zum Beispiel Brücken zerstört, an welcher Stelle sind Straßen durch Trümmer blockiert. Wir können abmessen, passen hier unsere Fahrzeuge durch, mit denen wir mit unseren Hilfsmannschaften ins Einsatzgebiet fahren. Wir können uns Trümmerstrukturen direkt schon per Karte angucken und müssen nicht, wie wir es früher machen mussten, zu Fuß dorthin gehen oder per Vehikel, um zu gucken. Wir können all das mit dieser neuen Technik leisten und wir können ganz, ganz viel Zeit sparen und dadurch ganz viel Menschenleben retten.